Pietro del Cero, Amarone della Valpolicella, ist der Amarone aus dem Hause Cadefrati, den viele wahrscheinlich aufgrund des tollen Luganas kennen werden. Aber der Amarone ist wirklich das Flaggschiff des Hauses und ist unglaublich intensiv und fruchtbetont in der Nase. Man hat ganz tolle Noten von getrockneten Früchten, von Rosinen, Backpflaumen ein bisschen, man hat dann würzige Noten, man hat Zimt, eine ganz tolle Röstaromatik hinten raus von Schokolade und Kaffee. Der Wein hat eine Länge, die ist unvorstellbar und ist ein ganz ganz toller Speisebegleiter zu intensiven Schmorgerichten, aber auch zu einem Steak kann man das mal ganz toll versuchen. Aber ich denke insgesamt ist das einfach auch als Solo-Darsteller ein absolut fantastischer Wein, an dem jeder irre viel Spaß haben wird.